Sova Issa, Grossei, 70 cm weiblich. Sehr interessante Zeichnung. Steht sich aber ein komisches in die Wanne immer. Ist kein Fotomodell, sagen wir es einmal so. Aber sehr schöner, plakativ verfickt. Interessante Zeichnung. Nicht überladen, obwohl er relativ viel Zoomy hat. Schöner Spenny. Qualitativ gutes Spenny, also das sieht man. Sehr interessante Zeichnung. Entmaß so 80 cm kann der Schatten. Und dann nächstes Jahr einen Teig. Jetzt über den Winter bleiben wir noch im Fischhaus. Da haben wir immer über den Winter so 12 Grad, 14 Grad manchmal. Ich komme drauf an. Wie kalter Winter. Bei Interesse könnt ihr schneiden.